Servus Freunde! Herzlich Willkommen aus Schulenberg. Wir sind mal wieder hier gekommen. Also so ein Mittagreizepark geht Deutschland. Ich finde, dass jetzt hier die ganzen Bäume weg sind. Na gut, wir machen das Beste raus. Geht mal mit. Viel Spaß mit dem Video. Geht mal! Wow, low Mars. Wow, ha, ha, ha. Oh Ah! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Das war's für heute. 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 So Freunde, wir haben uns dazu entschlossen, Feierabend zu machen. Alleine, weil wir schon ziemlich im Arsch sind und wir jetzt gleich 5 Stunden nach Hause fahren. Erstmal wird sich jetzt hier noch im See geduscht. Genau, und dann geht's 5 Stunden nach Hause. Gar keinen Bock. Aber die Steine sind schon. Aua. Ja. 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 Wuuuuh Waaah Wir sind nicht Wir sind nicht Wir sind nicht